Heute erhaltet ihr ein Review über den Vintage Rucksack von BlueBoon. Rucksäcke der Marke BlueBoon heben sich optisch von den gängigen Mainstream-Ranzen ab. Der Hersteller präsentiert trendige Rucksäcke im jungen frischen Design und kombiniert dieses mit maximalen Tragekomfort, bester Verarbeitung und hochwertigen Stoffen. Der BlueBoon Rucksack Vintage vereint diese Eigenschaften und verfügt zudem über weitere Futures, die wir euch nicht vorenthalten möchten. Der Rucksack hat die Ausmaße von 45 x 30 x 16 cm und bringt somit bei einem Fassungsvermögen von ca. 23 Litern ein Gewicht von 960 Gramm auf die Waage. Der Vintage Rucksack wird mit zwei Magnetknöpfen und einem Kurdelzug mit Stopper aus Leder verschlossen. Das Innenlehnen des Rucksackes ist erstaunlich gut ausgestattet. Ein gut gepolstertes Extrafach schützt seinen Laptop bis zu einer Größe von 15 Zoll. Im Inneren an der Frontseite befindet sich ein kleines Extrafach, das mit einem Druckknopf verschlossen wird. Hier kann beispielsweise das Ladegerät des Laptops oder andere Kleinteile verstaut werden. Ebenso findet man hier auch ein großes Reißverschlussfach und zwei weitere Einschubfächer für ein Smartphone oder ein Handy. Am Kopfteil befindet sich ein zusätzliches Reißverschlussfach. Hier können Wertgegenstände, die schnell zur Hand sein müssen, wie zum Beispiel ein Portemonnaie untergebracht werden. Der Rucksackdeckel wird mit zwei an Lederriemen angebrachten Magnetknöpfen verschlossen. Diese ermöglichen ein schnelles Öffnen und Schließen des Rucksackes. Des Weiteren verfügt der Bluebone Rucksack über eine Fronttasche mit einem Reißverschluss. Hier kann zum Beispiel etwas zu Essen oder Kleinkram untergebracht werden. Dazu dienen auch die zwei Seitentaschen, die ebenfalls mit einem Reißverschluss verschlossen werden. Diese bieten auch Platz für eine Trinkflasche oder einen Regenschirm. Ein weiteres Reißverschlussfach versteckt sich an der Seite des Rucksackes. Das Fach ist so angelegt, dass es während des Tragens mit einem Handgriff einfach zu erreichen ist. Die Rückenpartie des Rucksackes ist recht einfach gehalten. Die breiten Schultergurte verteilen die Last zwar gleichmäßig auf dem Rücken, jedoch besitzt der Vintage-Rucksack kein weiteres Rückenpolster. Damit spitze Gegenstände nicht auf den Rücken drücken, empfiehlt es sich großflächige Gegenstände wie ein Laptop oder härtere Mappen und Bücher im Laptopfach zu verstauen. Nichtsdestotrotz konnte der Bluebone Vintage-Rucksack überzeugen. Aufgrund des modernen Designs im Retro-Look und die überdurchschnittliche Anzahl an Verstaumöglichkeiten, ist der Rucksack der ideale Begleiter für Schule, Uni und im alltäglichen Gebrauch. Für mehr Informationen klicke auf den Link unterhalb des Videos. Falls dir das Video gefallen hat, gebe dem noch einen Daumen hoch und besuche uns auf rucksack-test24.com.